Ich bin gleich da und helfe dir. Oh Gott, ich hab verhunger fast. Ähm, okay. Dann geh du doch mal irgendwie auf Jagd und ich hol hier die Kohle raus. Okay, ich hab ja auch irgendwo, du hast ja mir so ein Metzgerwerkzeug da gegeben. Dann geh ich mal auf Jagd. Ist doch schon irgendwas, oder? Nein, was ist Schaf? Aber die Schafe geben ja nix Futter, ne? Ne, ne, das kannst du dir sparen, Tinscher. Dat kann ich mir sparen. Ich seh kein Schwein. Hier ist alles voller Schaf. Ja, das, das, ja. Tja. Hier ist ein Schafparadies, Käse. Blöd auch. Da gibt's hier Kohle. Aber zu essen haben wir gar... Ach, da drüben sind, glaub ich, irgendwie Schweine. Schweine! So, ich komme. Oder sind das Blumen? Die alte Sau, wo du bist. Klar, das sind Blumenkäse. Ach da. Oder sind's Kürbisse? Naja, wie dem auch sein mag, auf jeden Fall verhungere ich. Das sind Kürbisse. Ach so, Kürbisse, okay. Kürbisse ist natürlich auch ganz cool. Eigentlich nicht. Ich hole die mal geschwind. Ah, da ist ein Huhn. Hier ist ein Huhn, Tinscher. Oh, 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 oh. Hühner, Hühner. Hier gibt's Hühner. Ah ja, sehr gut. Los. Da drüben ist auch noch alles. Hoffentlich habt ihr auch irgendwo Eier hier. Lasst doch mal hier ein paar Eier, dann können wir das lecker. Kürbisskuchen machen. Den hole ich mir mal direkt hier, den Kürbis. Das sind mehrere. Drei an der Zahl. Kommt ihr her. Ist da oben auch noch ein Loch oder sowas? Da ist auf jeden Fall irgendwas. Oh ja. Hier ist, das kann man durchaus ein Loch nennen, ja. Durchaus. Durchaus und absolut. So, ich hab jetzt ziemlich Hunger. Hast du irgendwie Material, um einen Ofen zu bauen, Käse? Naja, irgendwo, damit ich mir meinen Huhn zubereiten kann, weil ansonsten ist ja auch nicht so geil. Achso, du stirbst jetzt echt gerade. Ja, ja, ich sterbe echt gerade, sonst sag ich's ja nicht. Also ich sterbe nicht nur echt ein bisschen gerade, ich sterbe jetzt richtig gerade. Okay, passt mal auf, passt mal auf. Ich mache, ich mache, ich mache geschwind wie der Wind. Sonst muss ich's jetzt roh essen halt, ne? Äh, ja, warte, warte, warte. Alter, das ist ja heftig. Äh, so, bruf, bruf, okay, es grillt. Okay. Das ist ja geil. Letzter Moment. Am Sack. Okay, ich... Ach, Schweine, wo seid ihr denn? Kühe. Kühe und Schweine, kommt doch her zu uns. Puh, okay. Okay, das war schon mal ein bisschen wenigstens. Erleichterung hat mir das verschafft. Okay, ich geh mal hier ein bisschen gucken, so lang. Wenn du da fertig gegrillt hast, dann vergiss bitte nicht, die Kohle mitzunehmen. Oh, das wird, glaube ich, Nachttümpfe. Um Gottes Willen. Das ist ja alles lebensbedrohlich. Das ist ja unpraktisch. Das ist ja jetzt unpraktisch ein bisschen. Hier ist alles voller Eiches. Hier ist kein Schlumberholzkäse. Keine Sprutze. Nee. Okay. Wo bist du denn hin? Ach, du rennst da unten rum. Irgendwo hier unten. Ich überlege gerade. Nee, hier sind echt nur Schafe. Das ist nicht gut. Wo bist du denn? Achso, du bist nach da oben. Ja, ja, ich nehme hier den Ofen mit und dann folge ich dir. Okay. Folge mir unauffällig. Äh, wo, wo, ach, da, da, da. Da, da, da. Okay, aber irgendwann wird er ja auch selber sein komisches Holz produzieren. Der Nasenbär, der Wicht. Das Gedicht. Der alte Nasenbär. Ja. Oder? Ja, ja. Naja. Ansonsten gehst du halt einfach nicht voran bei denen. Mein Gott, also. Dann gehen wir zu einem anderen Dorf halt, ne? Ja, dann müssen wir halt mal gucken, ja. Ich meine, wir können natürlich auch einfach in die andere Richtung latschen. Das kann man natürlich auch immer machen. Ja, oder so nach rechts weiter da hinten. Wenn es hier blöde ist. Ja, ja. Auch ganz schön viel Mondhammer. Ja. Dicken Mond. Was? Ah, jo, jetzt. Fundick, ne? Ja, jo. Fundick. Das ist hier. Achso, oh, Creeper. Vorsicht, Timsche, Vorsicht. Ist aber gut getan, ey. Die grüne Creeper. Auf grünem Grund. Komm zu Käsebrot. Komm schön her. Und schmeckt das... Oh Gott. Ah, das war knapp. Das war souverän. Ich dachte, jetzt geht's... Jetzt geht's in die Hose, dachte ich. Souverän. Okay, also wenn die jetzt... Hoffentlich haben die jetzt über den Tag ordentlich Holz abgebaut. Das machen die ja ein bisschen so, ne? Wieso? Na ja, weil dann geht's ja irgendwann weiter mit dem Dorf, ne? Ja, ja. Theoretisch praktisch irgendwann mal, ja. So, was... Hier hat der Fred seine Bäume stehen, ne? Ja. Da pflanzt er auch. Da unten ist der Baum Fried. Achso, wir können natürlich hier uns... Wie ist der denn hier? Meinst du, bei dem einfach mal ein bisschen bedienen? Na ja, wir können ihn halt entlauben, weißt du? Und hier auf... Boah! Ein Sapling hoffen, weißt du? Oh ja. Was hab ich denn eigentlich hier? Birch, Jungle, Oak. Naja, das ist bisher immer der falsche, ne? Und wer kommt eigentlich hier? Ich weiß, ist so frech. Irgendwas kommt ganz frech. Naja. Naja. Nur das Übliche. Ist das überhaupt der Richtige hier? Weiß ich gar nicht. Ich entlaube hier einfach alles mal. Bisschen dunkel hier. So. Vielleicht sollten wir hier die anderen Bäume irgendwie umhauen. Weil die brauchen ja anscheinend. Oder ne, die brauchen beides, gell? Wie meinen? Die brauchen alles. Oder was weiß ich. Ich weiß nicht genau, was die brauchen. Aber, ähm, ja. Aber ja. Aber nein. Aber, äh, äh, öh. Nicht gut. Ich hab, äh... Spruce? Birch? Ja, ja, Spruce ist das der Richtige. Ja, den kannst du immer hier mitnehmen und irgendwo parken. Dann haben wir zumindest mal einen. Wow. Hast du auch schon eins, Bruce? Nee. Oder doch, ich hab auch einen. Ui, ich hab ja schon zwei. Das ist ja... Hervorragend. Oder hervorglänzend, wie es immer so schön heißt. Hervorglänzend ist das. Brutal. Was wir hier für einen Spielfortschritt haben. Ja, ja, ja. Es ist ja fast so viel Progress wie in... Warte. Ist da? Ach, no. Da oben ist jeder hier gesockt. So, ja, das interessiert uns nicht. So, scheiße. Ist ja auch noch ein bisschen Eiche. Das heißt, wir können unser Traumhaus ausbauen, Käse. Unser Bergtraumhaus. Und die Treppe ist auch schon fast vollständig begrünt. Stirp. Das Gesicht. Fünf Eiche habe ich auch dabei. Oh, Creeper. Oh, shit. Ich depp. Naja, der steht auf mich hier. Ja. Ja, ja. Oh, nein. Ach, du blödes Mist-Skelett. Ich hasse das scheiß Creeper-Löcher. Die sind so hässlich. Ich will keine Creeper-Löcher. Ich auch nicht. So, jetzt stirp. So. Fettisch. Okay. Farb, gebannt. Erkannt und gebannt? Ja. Wie üblich. Sehr gut, Käse. Okay, dann bauen wir jetzt hier Hausnummer 2, um dann gleich Hausnummer 3 zu bauen. Sehe ich das jetzt richtig? Ja, ja, auf jeden Fall. Gut, das dachte ich mir schon, ja. Wir bauen jetzt nur noch. Bauen, bis der Arzt kommt. Ja, ja. Scheiß auf. Alles andere. Und wir brauchen unbedingt dringend was zu essen mit Käse. Ja, ich habe jetzt auch noch zweieinhalb, ne? Ach so. Shit. Und ich habe jetzt was gefuttert. Ähm, dann hätte ich dir das mal lieber geben sollen. Hm, hm, hm. Das macht mich jetzt gerade nicht zufrieden. Ich halte Ausschau nach irgendwas Essbarem, um dich zu retten und zu beschützen. Naja, so ist es halt. Hallo. Hallo. Hallo, das ist eine Spinne da unten. Das ist jetzt so einfach. Hm, simmelt. Ja, naja. Naja, nachts ist hier jetzt nichts zu holen. Nee, nicht so viel wahrscheinlich. Ich könnte dir so ein bisschen verrottenes Fleisch besorgen, irgendwie. Nee. Nee, danke. Das ist nur ein Notfall. Ähm, ja. 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 Ja, danke. Ja, danke. Der faule Hund! Andy Slendy. Wir haben doch gar kein Schild aufgehängt, oder? Käse. Hat ja nochmal Top-Prio, aber jetzt haben wir es doch gleich vergessen, oder wie? Ja, auf du blöder Mond, jetzt geh ich schon weg. Achso, wir haben ja in unserer anderen Kiste noch irgendwelches Geschlupfer. Aber gut, nicht so viel, dass wir das eigentlich abholen müssen jetzt explizit, oder? Wo jetzt im Dschungel meinst du? Nö, ich glaube, da ist nur ein Flint und so ein Käse drin. Zeug, das wir jetzt nicht brauchen. Okay. Aber wirklich nicht. Ein bisschen flach machen die es aber, ne? Also da, wo es denen nicht zu steil ist, da machen die auch flach, die Jungs, oder? Ähm, ja, 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 ich glaube, ja. Oh! Was dann? Skelett. Okay. Der Knochenmann. Der Knochenmann? Naja, da ist er schon. Hä? Oh, der hat sogar so ein Dings auch. Und, und, und? Oh! Oh! Hä? Macht er nicht Schaufen? Ne, ich dachte, der hatte vielleicht so... Der hatte nämlich so ein Teil auf, weißt du? Ja, ja, das hat er aber nicht wirklich... J-Mail! Also, es ist kein echter Gegenstand, sondern nur... Manchmal trocken die das dann. Oh, Spinne. Kack, Spinne. Spinne kommt schon. Achtung. Tschüss. Abgestürzt. Komm wieder hoch. Und, hopp, abgestürzt. Hahaha. Ich glaube, sie ist gestorben, Käse. Ja, ist sie, ja. So, jetzt müsste es aber langsam mal wieder hell werden hier. Komm. Wäre ich jetzt ganz gesund, ja? Auf, du gelbe Sau, zeig dich! Jetzt sind es noch anderthalb. Oje, du verhungerst mir jetzt, oder was, Käse? Ja, ja, jetzt verhunger ich halt, ja. Ah ja, abwechselnd machen wir das. Naja, ist doch auch langweilig mit dem ganzen Essen sonst, oder? Ja, nicht gut. Nicht gut. Wer will das schon? Ich, also... Weißt du was? Ich glaube, ich habe was für dich gefunden. Rotten Flash Käse. Hm, lecker. Also nur für den Notfall, ich gebe es dir mal. Achtung. Bup, bup. Vielen Dank. Mhm. Kannst du dich schön vergiften. Ja, jo. Ganz entspannt. Ist doch mal immer wieder, immer wieder schön, gell? Vielleicht sollten wir hier ein paar... Alter, unten sind auch noch Schafe. Aber... Also Schafe gibt es hier nicht zu knapp, ja? Also so... Die Japaner scheinen irgendwie so eine Schafepidemie zu haben, irgendwie. Meinst du, wir müssen die mal befreien? Ja, ja. Von der Schafplage. Von der Schafplage, ja. Eine Schafplage. Kannst du Kakaobohnen essen, Käse? Nee. Hm, kannst nur Kakaofon machen wahrscheinlich. Ein erfrischendes, warmes, leckeres Getränk. Nicht essen. So, jetzt hast du noch ein, ein Essen-Ding, gell? Ja, jetzt habe ich noch einen, ja. Achso, warte mal, habe ich eigentlich Geld? Okay, warte mal, pass mal auf. Ich gucke jetzt mal, ob ich hier reinkomme. Ohne, dass mich das in Latein... Ah, danke. Vielleicht kann ich bei denen auch einfach was kaufen. Ein bisschen was zu futtern. Könnte nämlich... Achso, nachts halt nicht, ne? Achso, verkaufen die nachts nicht. Nee, nee. Aber hier ist der Baby-Japaner. Ui, ui, hier ist der kleine, witzig. Oh. Hallo, kleiner Japaner. Hallo. Der Renzo-Ki. Oh ja, der Renzo-Ki. Oder heißt der Otonoko mit Renzo-Ki. Otonoko-Renzo-Ki. Man weiß ja nie, ist das jetzt eine Berufsbezeichnung oder ist das ein Name? Oder was ist das eigentlich? Und was ist Vor- und was ist Nachname? Ki? Guck mal, die heißen alle Ki. Komachi-Ki, Toyo-Tomi-Ki und Renzo-Ki. Ja, die wohnen ja auch zusammen. Also es ist doch recht... Also ich würde sagen, es ist Familie Ki. Sieht so aus, ja. Oder was steht hier? Achso, da steht nur Dorfhaus. Hakodate. Oder so. Hakodate ist das Dorfhaus? Mal. Oder was? Naja, halt... Ja. Ja. Also was auch immer das in Japan halt so ist, ja. Okay. Aber... Ja. So. Ach, den Reet brauchen die, um hier ihre Mäuerchen zu bauen oder so. Das könnte sein, ja. Alter. Jetzt habe ich es verstanden. Pfundig. So, die rennen hier wieder rum, Käse. Ich glaube, du kannst was zu essen kaufen. Okay. Gucken wir mal. Hallo? Einmal hier die Mitte. Oder da flitzt ein kleine Japaner, flitzt da durch die Gegend. So, jetzt müsst ihr ja auch gleich der Oberhändler kommen irgendwie, ne? Da kommt er auch schon. Komm schon an. Komm schon an. Komm schon an. Komm schon an. Aber her bitte. So. Äh... Raw Fish, Cooked Fish. Ausverkauft. Ich kann rohen Fisch kaufen. Ja, kauf dir mal besser ein bisschen rohen Fisch, bevor du mehr stirbst. Okay, kauf ich mir ein bisschen Fisch. Kann ich bei dem irgendwas verkaufen? Habe ich irgendwas, was du gerne hättest? Ist der Ofen eigentlich noch da oben, Tim? Ist da auch die Kohle drin und so? Die Kohle habe ich dabei im Zweifelsfall. Ich komme hinter dir hergerannt, Käse. Jetzt fresse ich nämlich gerade schon den ersten Schaden. Oh je. Wir haben aber überhaupt nichts, was die wollen. Wir haben gar nichts, was die wollen, Käse. Gar nichts. Nee. Wir sind total am Arsch. Dup, dup, dup. Ich hüpfe hier so hinter dir her so ein bisschen. Ja? Ja, ja. Dup, dup, dup. So. Also hast du hier angeworfen und Eierfrohrfisch ist drin und alles. Alles wunderbar. Wie ein großer. Delicious Fisch. So. Okay. Geht sie wieder besser? Ja, ja. Gefahr gebannt. Sag ich mal. Wunderbar. Aber das bringt sie jetzt nicht wirklich, gell? Hier, wir brauchen irgendwie, wir brauchen, wir brauchen, Tiere brauchen wir. Tiere.